du sag mal ich lese gerade einen bericht was denn wusstest du dass 84 prozent der deutschen bevölkerung für eine organspende sind aha und wusstest du dass nur 32 prozent einen organspendeausweis haben wir können was angeben das weiß ich auch nicht aber lass uns doch nur besprechen nächsten früh shoppen wenn ich sie früh shoppen nächsten sonntag morgens um 10 uhr nur im discord klickt unten einfach auf den link